Elegant und anspruchsvoll mit diesen Worten beschreibt Duravit ihre erste Komplett-Bad-Serie White Tulip mit Philipp Stark. Und der Name ist Programm. Ob Badewannen, Waschtische, Möbel, WCs und Bidets bis hin zu passenden Spiegeln und einer kompletten Armaturenreihe, die außergewöhnliche Form aller Komponenten soll an die Silhouette einer blühenden Tulpe erinnern. Ein besonderer Blickfang ist der als Monolith gestaltete, freistehende Keramik-Waschtisch. Entsprechend baulicher Gegebenheiten ist er mit Wand- oder Bodenanbindung erhältlich. Im selben Stil das runde Aufsatzbecken mit leicht nach außen neigendem Rand. Auch der in der Draufsicht rechtwinklige Waschtisch übernimmt diese Form. Er ist in zwei Größen jeweils auch als Möbelwaschtisch verfügbar. Ein Handwaschbecken, ebenfalls als Möbelwaschtisch erhältlich, rundet das Sortiment ab. Passend zu den ausdrucksstarken Keramiken gibt es Stand- und Wand-WCs sowie Bidets. Beim zugehörigen Urinal ist der White Tulip Stil ebenfalls klar erkennbar. Die WCs sind mit der neuen Hygiene Flush Spültechnologie ausgestattet. Unabhängige Tests zeigen, dass diese neuartige Flächenspülung die gesamte Innenfläche der Toilette optimal reinigt. Durch die perfekt durchdachte Wasserführung entsteht ein Wirbel, der bei 4,5 Liter Wasser jederzeit eine ideale Ausspülung garantiert. Die dazu passenden Möbel wie zum Beispiel die Halbhochschränke mit zwei beziehungsweise drei Glasfachböden sind Unifarben mit Hochglanz oder Seiden-Mattlack in jeweils fünf hochwertigen Farben erhältlich. Alternativ kann für die Front eine Massivholzoberfläche, Eiche Natur oder amerikanischer Nussbaum gewählt werden. Ein weiteres besonderes Einrichtungselement ist die bodenstehende Chromkonsole mit Holzfachboden. Sie kann zusätzlich mit einem oder zwei seitlich platzierten runden Handtuchhaltern ausgestattet werden. Passende Spiegel aus der Serie White Tulip sind als Sensor- oder App-Version verfügbar. Eine spannende Optik ergibt sich durch das nach vorne versetzte Spiegelglas. Dadurch wirkt die Spiegelfläche um das Lichtfeld herum beinahe transparent. Die freistehende Badewanne mit nahtloser Acrylverkleidung folgt der Form der Keramiken. In der ovalen Ausführung sind zwei Größen verfügbar. 1800 x 800 mm und 1600 x 900. Die kreisrunde Wanne bietet mit einem Durchmesser von 1400 mm großzügigen Platz im Inneren. Mit White Tulip hat der Designer Philipp Stark erstmals eine Armaturenreihe für Doravit entworfen. Durchgängiges Gestaltungselement, der tulpenförmige Griff mit 160 feinen vertikal eingravierten Streifen. Mit der White Tulip-Serie will Doravit in jedem Ambiente elegante Akzente setzen. Hochmoderne Technologien wie Hygiene-Flasch und Hygiene-Glaze, Tip-On-Technik und Selbsteinzug sowie die Spiegelheizung und individualisierbare Beleuchtung via App runden das tägliche Wohlfühlerlebnis ab.